Hey Leute, mein Name ist Fansa und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie man schon unschwer erkennen kann, sind wir hier an einer ganz besonderen Location. Wir sind hier im Wald und der Titel sagt eigentlich schon alles aus. Also das ist der Grund, wieso wir uns hierhin begeben haben. Wir wollen heute auf die Jagd gehen und dazu brauchen wir natürlich passendes Equipment. Und ich glaube nicht, dass Stöcker und Steine, die dort liegen, uns helfen können, unseren Traum zu verwirklichen, unsere Jagd zu eröffnen. Und deswegen steht hier einfach mal so ein Team-Syndrom-Display. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir nehmen das doch einfach mal mit. Und damit beginnt die erste Staffel der Jagd. Viel Spaß! So Leute, da bin ich wieder und man sieht schon im Hintergrund das Team-Syndrom-Display auf uns warten. Ja, es sieht uns schon so an, als ob das von mir jetzt aufgerippt werden möchte. Auf jeden Fall möchte ich noch ein paar Sachen vorab sagen. Einmal geht ein ganz großes Dankeschön an eine Privatperson, die uns dieses Display, ich sage mal, gesponsert hat. Die uns ja diese Möglichkeit einfach gegeben hat, das Ganze jetzt vor der Kamera aufzumachen. Deswegen ein ganz großes Dankeschön an dieser Stelle und natürlich hier ein Herz eingefügt. Und ja, das ist mein allererstes Display. Deswegen bin ich einfach so dankbar, das Ganze jetzt mit euch aufmachen zu können. Ihr wollt natürlich wissen, welche Karten wir in dieser Treasure Hunt, wie ich sie so nenne, ja handen werden. Nämlich sind das fünf Stück an der Zahl. Es sind natürlich Martins, Journée, Soir, Ennui und natürlich das alternative Artwork von Latios und Latios. Also ich glaube, ich muss gar nicht erklären, wieso ich diese fünf Karten haben möchte. Sie sehen einfach nur wunderschön aus. Und noch ein paar Regeln vorab. Ich weiß, ich muss am Anfang sehr viel erklären, aber einfach, um das Ganze zu verstehen und weil ich das in den nachfolgenden Videos oder in den nachfolgenden Episoden gar nicht mehr machen muss. So, auf jeden Fall zählt zu einer Regel, sage ich jetzt einfach mal, dass wenn ich diese Karten in anderen Formaten ziehen sollte, es zählt trotzdem zu Treasure Hunt. Weil ich möchte jetzt nicht einfach, ja, Teams sind Trumpf Produkte für dieses Format einfach nur festlegen, sondern ich möchte das Ganze natürlich auch mal in einem Random Opening oder so aufmachen dürfen. Und ja, falls wir diese Karten zufälligerweise in so eines dieser Formate aufmachen oder beziehungsweise bekommen sollten, dann zählt diese Jagd trotzdem als abgeschlossen. Weil ich möchte jetzt nicht unbedingt die Karten irgendwie doppelt ziehen müssen. Das wäre ein bisschen doof. Also wenn ich die einmal habe, dann habe ich die auch einmal. Und ja, ich würde sagen, wir fangen auch direkt an, das Ganze jetzt aufzurippen. Und ah, ich bin einfach nur sowas von gehypt und aufgeregt. Ich habe ein paar Themen mir zurechtgelegt und ich würde sagen, wir nehmen hier einfach mal das Display und schauen uns hier die Rückseite an. Wie gesagt, es ist mein allererstes Display, deswegen werde ich teilweise auch ein bisschen langsamer da rangehen. So professionell wie ich bin, habe ich natürlich keine Schere mehr zurechtgelegt, aber das geht, glaube ich, auch. Oh mein Gott, es ist offen, Leute. Es ist einfach mal geöffnet. Und wie macht man das hier denn überhaupt? Ich glaube, das muss man hier so nach hinten tun, damit man das hier irgendwie da rein tun kann. Schön, das sieht, glaube ich, richtig aus. Das tun wir einfach mal hier im Hintergrund hin. Und dann fangen wir auch einfach mal an mit den Artworks, die ich aber schon mal gezeigt habe. Also das sind die zwei, dann gibt es das hier noch und das hier noch. Ja, das habe ich schon in dem Trio? Ne, in dem Battle-Video schon gezeigt. Deswegen würde ich sagen, starten wir hier einfach mal mit den Booster-Packs. Ich bin sehr aufgeregt und ja, mal schauen, was wir alles hier bekommen können. Ich hoffe natürlich, dass die Jagd erfolgreich wird, auch in den ersten Videos schon. So, hier haben wir einmal den Code für euch. Ich werde am Anfang noch den Kartentrick machen, aber dann werde ich das Ganze natürlich beschleunigen, weil das Video sehr, sehr lang andauern wird. So, wir haben hier eine Feen-Anergie-Karte, unbekanntes Fossil. Porenta, Tentoxa, Paras, Sternu, Grammoklis, Hornio, ein Alola, Slymog als Reverse-Karte. Ich hätte das fast nicht erkannt, auch als Rare-Karte. Sehr schön, habe ich noch nicht. Und als erstes das Taubos mit einem richtig schönen Artwork. So, das tun wir einfach mal, ich glaube, ich tue das mal hier hin. Und den Balk werde ich dann hier hinten hin verfrachten, so wie die Trainer-Karten und die Energie-Karten. So, ich habe hier natürlich eine spezielle Ordnung, deswegen dauert es auch ein bisschen, mich da so hinein zu versetzen und das Ganze dann zu sortieren. So, die ersten vier Codes gehen einfach mal an euch, dann werde ich das Ganze random auch zeigen, also damit ihr nicht wisst, wann ich die Codes zeige. Wir haben hier Nidorina, Kokuna, Flamio, ein Zorro, Hornio, Whatsapp, Eliseber, Galoppa, ein Reverse-Karte und ein Stami. Ich glaube, das mit der Energie-Karte war eine schlechte Idee, das links zu verfrachten, deswegen kommen die einfach mal hier hinten hin, damit ich da auch besser rankomme, denn mein Aufnahmeplatz ist nicht gerade groß. So, dann haben wir die nächsten Booster-Packs, diesmal jetzt mit Relaxo und Evoli. Meiner Meinung nach das schönste Artwork von den Vieren. Einfach, weil das Evoli so lustig auf Relaxo rumspringt. So, ein Code für euch und den Kart-Trick natürlich für mich. Ich habe ja schon mal ein Display-Opening gemacht und das ist ja bei euch auch sehr gut angekommen und deswegen will ich das Ganze natürlich fortsetzen. Das Ganze wird hier wahrscheinlich jetzt als Season 1 bezeichnet. Das hat auch einen besonderen Grund und hier haben wir einen Voltula gezogen, da diese Staffel 1 oder diese 1 für Team Syndrom steht. Und das wiederum bedeutet, dass Staffel 2 sich mit einem anderen Set befasst. Das ist hier der Code für euch. Und somit könnt ihr immer wissen, was wir dann genau aufmachen werden, denn ich habe natürlich schon ein paar weitere Karten vorbestellt oder ja, mir gekauft und freue mich auf jeden Fall, das Ganze dann mit euch aufmachen zu können. Wir haben hier ein Owei und ein B-Board. Dazu sage ich auch noch was, denn ich habe wieder angefangen mit dem Pokémon TCG und Entschuldigung, dass gerade so ein lautes Auto vorbeifährt, aber ja, wir lesen uns das Ganze jetzt mal durch. Schicksalsstich kann nämlich, du kannst diese Attacke nur einsetzen, wenn auf diesen Pokémon mindestens eine Schadensmarke liegt. Beide aktiven Pokémon sind kampfunfähig und es fokussiert gerade nicht. Das bedeutet im Prinzip, dass das Pokémon oder das gegnerische Pokémon und auch das B-Board dann K.O. ist. Und das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Dann kann man so ein Vylaut und Carpador Tag Team Pokémon ganz leicht besiegen. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Hat auch nur eine Energiemarke. Also ich lerne immer wieder was dazu. Das ist doch was Schönes. So, es geht weiter. Wir machen hier den Kartentrick. Die Karten legen wir weg. Und dann haben wir hier eine Psycho-Energie-Shillok, Elisad, dicke Polster, Pinsy als Rare-Karte und oh, Zapdos-Holo, unser erster Pull. Ich werde jetzt einfach mal ganz schnell die Sachen einslieben. Also es wird auf jeden Fall sehr viel auf euch zukommen. Das kann ich auf jeden Fall garantieren. Wieso sage ich jetzt die ganze Zeit auf jeden Fall? Das ist ja schon wieder echt seltsam. Nun ja, wir haben halb Samstagmorgen uns. Deswegen verzeiht mir einfach das Ganze. So, ich habe fleißig den Kartentrick geübt, damit ich das Ganze hier auch, hallo, Fokus, schnell machen kann. Wir haben hier eine Feuer-Nicht-Energie, sondern eine Kampf-Energie. Pokémon-Kommunikation. Kickly haben wir. Metallschutzbrille. Lavita als Reverse-Karte. Und dahinter ein Raser-Arf mit einem sehr aufgebrachten Gesichtsausdruck. Weiter geht's mit Gengar und Minigma. Und dann starten wir mit der Energie. Amonitas, Tauros. Oh, das ist sehr verstörend. Lavandia. Oh, Marzon. Es ist zwar nicht die Karte, die ich haben möchte, aber dazu kommen wir, wenn wir alle vier Battleshit-Lane-Schwestern haben und dann noch ein normales Nido-King. So, die tun wir auch im Hintergrund hin. Zu denen möchte ich auch nochmal, ja, was sagen. So, wir haben eine Feen-Energie. Shellok, Pupita, Kabutops als Rare und ein Aerodactyl. Wow, wir haben noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Booster circa und wir haben noch kein Ultra-Rare-Pull gezogen. Das ist sehr verstörend, muss ich jetzt zugeben. Hey, das haben wir eigentlich ganz gut aufgemacht. Wow, da bin ich jetzt erstaunt in. Sowas gelingt mir eigentlich nie. Komm schon. Aber jetzt kommt hier die Karte nicht raus. Die wollen nicht. Oh mein Gott, sowas ist mir ja in... Ja, weiß ich nicht, wie vielen Jahren noch nie passiert. Mir ist einfach mal das Booster-Pack rausgefallen und... Also, die Karten sind gerade aus dem Booster-Pack rausgefallen und wow, ähm, ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen soll. Die Kamera ist auch runtergefallen und alles. Oh mein Gott, wir haben hier ein Pinsier übrigens gezogen. Das musste ich gerade vom Boden aufheben. Wow, ähm, Entschuldigung für diese Uneimnehmlichkeiten. Und dann haben wir hier noch diese wunderschönen Karten bekommen können. Wow, okay, das hat mich jetzt ein bisschen aus der Bahn gebracht. Allein, weil das Ganze ist hier einfach mir aus der Hand geflogen. Und ja, ich bin auch noch aufgebracht, weil wir noch keine Ultra-Rare gezogen haben. Vielleicht ja in diesem Celebi und Bisa-Floor-Pack. Jetzt muss auch langsam mal eine Ultra-Rare kommen. Was ist das denn? Wir haben bis jetzt nur eine Holo gezogen und das ist echt uncool. Wir haben Mitzunnel, Kabutops, Nidorino, Hornio und... Oh, yes! Den gefährlichen Bora als Secret-Rare. Wow, okay, die ist... Die sieht schön aus. Schön gecentert. Leider hier ein bisschen, ja, nicht verbogen, aber da ist halt ein weißer Strich und... Ah, trotzdem sieht diese Karte einfach nur richtig schön aus. Unser erster Pull und dann auch noch eine schöne Secret-Rare-Karte. So, den Slot der Secret-Rare haben wir jetzt leider belegt, aber... Nun gut, vielleicht können wir ja noch etwas anderes ziehen. Wow, das hat mir nochmal einen richtigen Adrenalinschub gegeben. Und dann würde ich sagen, dass wir einfach mal zum nächsten Thema wechseln können. Und übrigens, hier ist auch noch ein weiterer Code für euch. Viel Spaß und viel Glück beim Ziehen. Nämlich kommen ja in den nächsten Monaten, oder im nächsten Monat habe ich jetzt ein paar Informationen rausgesucht, schon wieder neue Puppen und Produkte, sowie das neue Set SM10 schon. Dragony haben wir, Mitsu, ne? Dann haben wir ein Taubsy und ein Dragoran-Holo, was ich leider schon offscreen gezogen habe. So, ich muss mir kurz mal meine Notiz ranschaffen, denn die liegt jetzt im Müll hier vergraben. So, ich lese mal vor. Am 22. Februar kommen ja die Original Eevees Tins, also die Blitzer, Flamara und Aquana-Tins. Im März kommen auch schon die neuen Pokébälle in Form von dem Luxusball und dem Superball. Ich mache hier einfach mal parallel weiter und dann lese ich das auch noch, wie gesagt, gleichzeitig vor. Moment, ich muss kurz das Boost aufrippen, ich bin halt nicht so gut im Multitasking. So, dann am 15. März kommen die Kanto-Freunde Minitins, die es auch so noch nie gegeben hat. Also da freue ich mich auf jeden Fall, so wie dieses Hardwork vom Georock. Alola Georock, was einfach richtig putzig aussieht. Da haben wir die Nuit, das Tauros, ein Nidoran und ein Magnein. Okay. So, Nuit haben wir jetzt auch schon. Neben Matin fehlen nur noch Jeunet und Soin. Und dann kommt noch zum Schluss am 29. März die ersten Tag-Team-Tins, wenn man das so sagen kann. Ich kann mir darunter noch nicht so viel vorstellen, aber auf jeden Fall werden sie etwas teurer sein als normale Tins. Deswegen muss ich mal gucken, ob ich mir sie überhaupt hole für das... Yes! Shaman Prisma habe ich noch gar nicht für das Triothin-Opening. Da bin ich generell noch unschlüssig, welche ich überhaupt haben möchte für dieses Format. Da es, wie gesagt, auch noch diese Original Eevees gibt. Da habe ich tatsächlich schon den Namen für gefunden. Ich fand einfach, dass es sehr passend, denn das waren ja die ersten Evolutions und deswegen würde das Triothin-Opening, wenn ich das auch mit denen machen würde, Original Eevees heißen. So, hier ist ein Code für euch. Viel Spaß, viel Glück. Ich hoffe, ihr zieht auch diese fünf wunderschönen Karten. Unser Balkstapel wird immer größer und größer. So, wir starten hier mit einer Unlist-Leave-Energy. Das ist doch bestimmt ein Zeichen, oder? Komm. Endo, bring uns Glück. Wir haben Sabrinas Vorschlag, Nidoran und ein Desperter-Holo. Habe ich leider schon, aber nehme ich trotzdem an. Eine sehr schöne Holo-Karte. Sehr schönes Artwork. Und wir haben hier aus dem Slot nur noch fünf Booster? Nee, vier Booster-Packs. Und da müssten eigentlich noch zwei bei rumspringen, zwei Hits, damit der Soll oder das Soll, ich weiß gar nicht, ich habe dieses Wort noch nie benutzt, aber damit halt der oder das Soll erfüllt ist. Wir haben hier Galoppa, Rücksendel-Etikett, Sengo mit dem schönsten Artwork der Welt und Parasek. Okay. So, zum Schluss werden wir uns natürlich noch die ganzen Ballkarten ansehen. Oh, Matin, habe ich schon. Schade. Warti, dann haben wir Rosanna, dicke Polster und ein Zoroark. Sehr schön. Das fehlt mir noch in meiner Sammlung. Es hat auch ein düsteres Artwork. Das sehen wir uns hier nochmal an. Mit Verhöhner und Nachtstrafe. Cool. Two Booster-Packs left, würde man jetzt im englischen Sprachraum sagen. Ich glaube, ich habe da was glitzern gesehen. Das kann mich auch natürlich täuschen. Ich habe halt nicht die besten Augen. So. Vier nach vorne, die zur Seite und... So, das müsste jetzt richtig sein. Wir haben hier eine Unlicht-Energie, Metallschutzbrille, Enteron-Pflanzendis, Rokus-Durchhaltevermögen und Ampharos-GX. Oh, schön als Full-Eye-Karte. Die habe ich so noch nie gesehen, tatsächlich. In irgendeinem Opening habe ich die tatsächlich noch gar nicht so oft zu Gesicht bekommen. Mega off-centered, aber trotzdem schönes Artwork. Wow, okay. Krasses Ding. Da haben mich meine Augen tatsächlich nicht im Stich gelassen. Okay, das tun wir auch hier hinten hin. Und wir haben noch ein Booster-Pack. Das bedeutet, da muss jetzt was drin sein, sonst müssen in dem anderen Pass oder in der anderen Hälfte vier Booster-Pack, äh, vier Hits drin sein, weil das ja insgesamt immer sechs sind, wie man so sagt. Davon vier GX-Karten, eine Full-Art und eine Secret-Rare-Karte. Wir haben schon die Secret-Rare-Karte und schon die Full-Art-Karte, deswegen gucke ich mal, was ja noch auf uns zukommen war. Ja, Dragonier, hin und her, schöne Karte, Glutexo, Zebritz und Celebi und Bisaflor. Ja, Mann. Das ist eine schöne Tag-Team-Karte. Ich mag einfach das Artwork, wie Celebi so, ja, die Ranke von Bisaflor hat, in der Hand hat und, ah, schön. Also das gefällt mir. Ja, okay, ausnahmsweise sieht die Condition sogar ganz gut aus. So, wir müssen uns jetzt noch ein bisschen mehr beeilen, denn ich sehe gerade, ich kann nicht mehr so lange aufnehmen. Schade, dass wir von unseren, ja, Schätzen noch nichts gezogen haben, aber vielleicht kommt da ja noch eine schöne Karte. So, der erste Teil, ja, ist jetzt abgeschlossen. Wir beginnen jetzt mit der zweiten Hälfte, haben hier ein Klavier und, ja, so, what? Oh Gott! Schickes Teil auf jeden Fall. Ja, so, krass, dass wir noch eine Full-Art gezogen haben. Wähle ein, ähm, was ist das für ein Zeichen? Ist das Unlicht? Nee. Und es fokussiert die ganze Zeit nicht. Ich habe es nicht gesehen. Entschuldigung, hier nochmal die Karte. Oh mein Gott, damit hätte ich nicht gerechnet. Es ist zwar keine Trainer-Karte, wie wir es haben wollten, aber, Leute, Pull ist Pull. Deswegen nehme ich es dankbar an. Oh, jetzt bin ich gehyped. Jetzt will ich einfach mal hier euch den Code geben und das Ganze natürlich durchrushen. So, wir haben Tauboga und ein Knogga. So, wir haben hier einen Mankey, Flamia und so weiter und so fort. Metallschutzbrille und Panzer-Aeron. So, Natania-Wald, Hin und Her, Tentoxa. So, wir haben hier einmal den Code für euch. Viel Spaß. Und dann haben wir Glumander. Schönes Artwork. Tentantel. Und ein Alola-Geowatz. So, das sortiere ich einfach später ein. Ich habe jetzt echt keine Lust darauf. So, weiter geht's. Gengar und Mimikma mit dem verstörenden Artwork. Ich weiß ja nicht, was dieses Mimikma da gerade veranstaltet, aber, ja. Nun gut, wir haben hier ein Kickli und ein Amoroso-Holo. Schön, das lege ich jetzt einfach mal so an dieser Stelle hin. Ach, komm. Wir müssen ja jetzt nicht alles eintüten. Wenn ich noch etwas doppelt ziehen sollte bezüglich einer Prismakarte beispielsweise, dann werde ich sie in den Jahrespad noch dazu packen. So, wir haben hier einen Schillok und ein Cesurio. So, die Energie, die kommt da nicht hin. Wir haben jetzt vier Puls gezogen. Das bedeutet, uns müssten noch zwei erwarten. Hoffentlich haben wir ein gutes Display. Und nicht eins, wo nur fünf Puls drin sind. So, Garados, richtig geiles Artwork. Und Nidoqueen. Übrigens, Leute, wie ich ja schon am Anfang erwähnt habe, will ich, ähm, ja, mit dem Online-TCG noch anfangen. Oder wieder anfangen, ja gesagt. Und deswegen versuche ich natürlich für ein Opening auch noch ein paar Codes zu sammeln. Und da ist ja ein Display ganz ideal dafür. So, wir haben hier Alola Kleinstein. Ein... Oh, wie schön! Alola Venona! Die wollte ich unbedingt ziehen, weil das Artwork so schön einfach ist. Oh, das gefällt mir richtig gut. Joni habe ich hier an dieser Stelle gezogen. Und ich muss sehen, dass ich Sua noch nicht übersprungen habe. Ähm, sieht nicht so aus, als ob wir die schon mal gehabt hätten. Nein, okay. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Sua, damit ich, ja, mit der Geschichte anfangen kann. Wieso ich mich überhaupt für diese vier Schwestern interessiere. Oder, ja. So, wir haben hier Alola Kokowai. Gefährlichen Bohrer und so weiter und so fort. Komm, ich will noch eine Sua ziehen. Die habe ich noch gar nicht gehabt, glaube ich zumindest. Wenn, dann gucke ich nochmal in meinen Ordner. Oh, wir haben da auf jeden Fall den Code für euch. Und ein Pull in Form von Glumanda, Stami und Ampharos. Perfekt. Passt uns zu unserer, ähm, wie heißt, zu unserer Fullart-Karte, die wir gezogen haben. Richtig schön. Ich mag die Stadt im Hintergrund, also das passt alles perfekt aufeinander. So, da ist auch keine Sua bei. Wir haben nur noch ein paar Booster-Packs übrig. Das bedeutet, ein Pull müssen wir noch haben. Wir haben hier Mautzi und Mimikma. Okay. Yasu und auch keine Sua. Wenn wir sie nicht ziehen sollten als normale Trainerkarte, dann werde ich trotzdem die Geschichte erzählen. So, wir haben hier Im-Molga, Kleinstein und Kabutops. Ah ja, ich muss ja auch noch gucken, ob die dabei ist. So, wir haben nur noch eins, zwei, drei, vier, fünf Booster-Packs. Ein Pull muss da auf jeden Fall noch bei Rum springen. Und ich glaube, ich habe den auch schon gesehen. Wir machen trotzdem mal den Kartentrick. So, wir haben eine Energie-Karte. Kokuna, Nidorino, Rechner-Pfeife, Paras und... Oh, shit! Was? Noch eine Secret-Rare? Oh, Gott! Ist das geil! Oh, schön! Oh, off-centered, aber... Wir haben meine Rainbow gezogen. Meine dritte Rainbow ist das jetzt. Neben Kapokime und Ultra-Nekrosma, die ich schon mal gezogen habe. Äh, Ultra-Nekrosma. Das wäre es auch noch. Ähm, Necrozma. So. Okay, wir haben unser Soll auf jeden Fall... ...ähm... ...bekommen. Zwei Booster-Packs oder drei Booster-Packs haben wir noch. Ein Code werde ich auf jeden Fall noch vergeben. Dankeschön. Auf jeden Fall, dass ihr meine Videos guckt. Oh, wir haben Durak. Sehr schön. Swa! Ja, wir haben Swa! Und ich habe Joni irgendwie... Oh, nein. Ich habe Joni irgendwie weggetan in einem Bulgstapel oder so. Das ist ein Scherz, oder? Ach, da. Joni. Endlich, ich kann meine Geschichte erzählen. So, ich freue mich. Wir haben jetzt hier die vier Schwestern. Ich muss das kurz richtig anordnen. Matin, Joni, Soin et Nuit. So. Französisch ist nicht gerade meine Lieblingssprache, aber ich kann es trotzdem übersetzen. Morgen, Tag, Abend und Nacht. Das sind die vier Battleshead-Lane-Schwestern, die man aus der X- und Y-Serie beziehungsweise auch in Pokémon Oras kennen sollte oder auf jeden Fall zu Gesicht bekommt. Da hat man die auf jeden Fall zum allerersten Mal gesehen. Ja, da auch Carlos an Frankreich angerichtet ist, haben die natürlich französische Namen, die ich gerade auch übersetzt habe. Und ja, ich finde sie einfach interessant. Die kann man ja im Kampfhaus nach einer bestimmten, ich sage mal, einer bestimmten Streak, Windstreak, halt begegnen. Und ja, ich wusste das tatsächlich nicht, dass es diese Menschen überhaupt gibt. Deswegen habe ich mich da informiert und ich fand das Ganze richtig interessant. Deswegen schön, dass ich die jetzt auch zu Gesicht bekomme. Und da ich mich jetzt so für diese interessiere, habe ich mir gedacht, wir starten einfach mal ein Treasure Hunt-Video mit diesen wunderschönen vier Menschen. Wir haben hier auf Englisch heißt sie Nita, wir haben Evelyn, wir haben Dana und wir haben hier Morgan. Richtig toll, dass wir die jetzt auch nochmal angesprochen haben. Und wir haben hier die letzten Booster-Packs. So, wir fangen an mit Hornio und... Oh, wir haben einen Pulverock! Nice! Wir haben noch einen Pull! Oh mein Gott! Yes! So Leute, da zeige ich euch nochmal den Pull, den wir gezogen haben. Diese wunderschöne Pulverock GX-Karte, die ich auch, ja, auf Japanisch schon habe. Richtig cool auf jeden Fall, dass wir noch einen Extra-Hit bekommen haben, weil das ist jetzt unser siebter, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und eigentlich sind ja in einem Display nur sechs Hits drin, wie ich schon mal erwähnt habe. Das ist auch schon unser letztes Booster-Pack. Und da werden wir natürlich den ganzen Kartentrick machen. Und ja, ich habe im Hintergrund schon mal ein bisschen aufgeräumt, da ich sonst zu viel Arbeit hätte. Und weil ich einfach Zeit hatte. So, wir haben hier in unserem letzten Booster-Pack eine Wasserenergie-Karte. Glutexo, unbekanntes Fossil, ein Porenzer, Glumander, ein Grammokles, Taubburger, Nidoran, wieso rede ich so komisch, Kosmo... Oh! Erikas Gastfreundschaft! Das ist eine wertvolle Karte, die auch als Fuller-Trainer-Karte im Set als, ich sag mal, teuerste Karte und beste Karte angesehen wird. Richtig toll, dass wir die gezogen haben. Ich wollte eigentlich erwähnen, dass wir unseren Prisma-Sol noch nicht erfüllt haben, denn es sollten insgesamt zwei Prismas immer in einem Display drin sein, aber wir haben nur eine Karte gezogen. Aber Erikas Gastfreundschaft nehme ich liebend gerne an. Und dann haben wir als letzte Karte ein Alula Kokowai als Regular Rare, aber Erika ist doch ein richtig schöner Hit, eine richtig schöne Karte mit einem richtig schönen Adruk. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal jetzt den Recap durch. Und wir haben hier ja im Hintergrund jetzt die ganzen Wünsche aufgezählt, sag ich jetzt einfach mal unserer ganzen Wunschpuls. Aber ja, die haben wir leider in diesem Video nicht erfüllen können. Aber trotzdem würde ich sagen, es war ein gelungenes Video. Also, also, ja, man sieht ja schon im Hintergrund die ganzen Puls. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wir haben heute gezogen Wolverog, Pikachu und Zekrom, Ampharos, Yasu, Celebi und Bisaflora, Ampharos, GX-Forward, Shaman als Prisma und den gefährlichen Bura. Leider nur zwei Tag-Team-Karten oder drei, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Celebi und Bisaflora und halt Pikachu und Zekrom. Aber ich glaube, das ist nicht das Ende der Jagd, denn es bleiben halt noch die Battleshead-Lane-Schwestern übrig und dann noch natürlich die alternative Frühart-Karte von Latios und Latias. Also, Leute, die Jagd ist noch nicht beendet. Ich kann mich nicht beschweren. Es ist einfach nur unfassbar, was wir heute aufgemacht haben. Sowas erlebe ich nicht oft. Also, das ist hier der ganze Balkstapel. Es fokussiert leider nicht, aber man kann ja ungefähr die Struktur dahinter erkennen. Leute, wenn euch das Ganze gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Mein Name ist Wansa und wir sehen uns im nächsten Hunting-Video wieder. Bis bald. Ciao.